Kamera! Nein, nein, er liegt! Darf ich kurz etwas sagen? Ich bin am Fahren. Das heisst, ich konzentriere mich auf die Strasse und er ist ganz locker. Jetzt ist es ein kleines Quiz mit Fragen, einfach Wissensfragen. Der Verlierer des Quizzes muss entweder ein Lied vorsingen oder einen Witz erzählen. Er kann auswählen, was er will. In der letzten Saison habt ihr einen neuen Rekord aufgestellt. Wie viele Punkte habt ihr in der Lied? 31. Nein, Vorsprung oder wie viele Punkte? Wie viele Punkte insgesamt? Ja, eben. 31 ist schon falsch. Ja, ich dachte irgendwie ist falsch. Er muss warten, bis die Frage fertig ist. Und so, wir hatten... Ich sehe Mempri. 71 Punkte? Nein. Nein. Es waren sogar 91. Ich habe gesagt 91. Ich habe gesagt 91. Hast du gesagt 91? Nein, nein, ehrlich. Ja. Du hast gesagt 91. Ja, genau. Hast du mich nicht gehört? Ich habe gesagt 91. 1-0. Nein. 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 Er hat gedacht, wir reden von Punkten für Vorsprung. Aber das stimmt nicht. Doch. Also 1-0, oder? Nein. 0-0. 0-0. So schwer. Wer hat letzte Saison die meisten roten Karten gesehen von Ibe? Kamera. Und zusammen. Oh ja, das ist Jipe und zusammen. Oh ja, das ist Jipe und zusammen. Ali, du meinst? Ali ist depresst. Jipe. 1-0, Felix. 1-1. Nein. 1-0. 1-1. Habe ich gesagt 91. Okay. Welcher Spieler wurde am meisten eingewechselt letzte Saison? Eingewechselt. Gamale. Eingewechselt. Sebaciu. Nein, nein. Gaudino. Das war nicht Gaudino? Das war nicht Gaudino? Das ist Gaudino. Das ist Gaudino. Warte, warte. Das ist Gaudino, ich glaube. Das ist Gaudino. Das ist Gaudino. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fabian Rieder. Ich weiß nicht, das ist die definitivste Antwort. Das ist die Antwort. Eingewechselt. Das heißt, dass jemand kommt. Ja, Gaudino. Warte einen Moment. Eingewechselt. Ich sage Fabian Rieder. Gaudino ist richtig. Gaudino und Sebaciu sind beide. Jordi und Cani waren beide... Sebaciu habe ich gesagt? Nein, nein, nein. Sebaciu habe ich gesagt? Nein, nein, nein. Du hast es gefragt. Definitive Antwort. Ah, ja, ja, ja. Sebaciu habe ich gesagt. Musst du sagen richtig? Nein, nein, nein. 2-0. Okay, 2-1. Top. 2-0. 3-0. Welche Spieler hat er am meisten Assists gegeben in der letzten Saison? Benzame. Das ist richtig. Er hat mir das erzählt im Kampfrafen. Du fragst nur für Offensive. Das geht nicht. Was machst du für die Defensive Frage? Nächste Frage für die Defensive. Ja. Also 3-0 für mich. Nein. Doch, doch. 2-1. 2-1, oder? 3-0. 3-0. 2-1. Ibe hat verschiedene Rekorde aufgestellt. Zum Beispiel letzte Saison am wenigsten Gegentore erhalten. Also die Mannschaft in der Geschichte am wenigsten Tore erhalten hat. Wie viele Gegentore waren das? 29. Ah, stark, ja. Stimmt. 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 Aber darf ich was kurz sagen? Darf ich was kurz sagen? Ich bin am Fahren. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Straße und er ist ganz locker. Er kann überlegen. Tranquilo. Das geht nicht. Du hast gefragt, wer fährt. Er hat gesagt, ich. Das geht nicht. Falsch oder nicht? Ich muss mich konzentrieren auf die Straße und er ist ganz locker da neben mich. Das geht nicht. 4-0. 4-0. Okay, okay. Für das Quiz ist Felix der Siege. Das heißt, Uli, du darfst dann nach der Rückfahrt entweder ein Witz erzählen oder ein Lied versingen. Nein. Das ist nicht lustig. Ich singe gerne. Ich singe gerne. Kein Problem. Kein Problem. Okay. Was muss ich jetzt singen? Du kannst auch deine Lied singen. Das ist wirklich geil. Philippeoco. Daniel. I ä sure. It's good. Danke, danke. Bravo, bravo. 發現 du hast Pischle höre. Ich ga'l. Ich gehe realist. So, dass du einreshšu, weil ein Islamicad purchasest. Das ist士ka. Danke, danke. Top, waa? Wir sehen uns beim nächsten Mal.